Und damit das auch wahr wird, schicke ich Sie gleich los. Heute fangen Sie an mit dem ersten Punkt von Ihrer Wohlfühlliste. Gleich heute, nehmen Sie sich vor, heute Abend werde ich mir einen Comic besorgen, nicht lange nicht mehr gelesen habe, oder einen Spannungsbad einlaufen lassen. Morgen Abend werde ich mich mit einem Freund treffen und kickern gehen, Tischtennis spielen gehen oder spazieren gehen. Übermorgen werde ich in meiner Lieblingsbibliothek schauen, was es für interessante Bücher gibt. Oder ich werde wohin fahren, wo ich lange nicht mehr war, mal wieder Gurkart fahren, was auch immer. Jeder Mensch hat Punkte, die er früher gern gemacht hat. Planen Sie jetzt für diese Woche, für jeden Tag einen ein. Und üben Sie mit sich selber, dass Sie diese Punkte so gut wie möglich genießen. Und darin liegt nämlich tatsächlich Kraft, wenn Sie lernen, uns zu üben, trotz des Liebeskommers, jetzt sich darauf zu fokussieren, dass es Ihnen wieder besser geht. Stück für Stück, erwarten Sie keine Wunder. Aber ich weiß, wenn Sie es üben und machen, wird es tatsächlich Stück für Stück leichter. Und Sie werden immer diese Aktivitäten lernen, dass dann auch ein anderer Teil in Ihnen ist, nämlich der, dem es früher gut ging und jetzt vielleicht wieder hochkommt. Oder eine Aktivität, die Ihnen Spaß gemacht hat, die jetzt auch wieder wenigstens ein kleines bisschen Spaß gebracht hat. dann ist es, wenn Sie mit der Karte aufhören, dann ist es, wenn Sie mit der Karte aufhören, dann ist es, wenn Sie mit der Karte aufhören, Untertitelung des ZDF, 2020